Geht auch ein Mammut-Gummibaum, habe ich so einen Scheiß überhaupt? Der ist ja für nichts anderes gut. Margoni habe ich einen Setzling, Regenbogen, Eukalyptus und Schwarz-Eichen-Setzling. Ich probier es jetzt einfach mit einem Mammut-Baum-Setzling. Für den Fall, dass der nicht klappt, nehme ich noch einen Eichenholz-Setzling mit, falls wein ist. Wie viele Enterprise haben wir noch? Sechs Stück. Ich bin ein bisschen was bei rumgekommen. So. Genau. Alle, alle. So, hat der Stein gebrochen. Kommt natürlich hier rein. Gut. Dann werde ich den wieder rüber packen. Nachher. Später. Nächst. Ähm. So, den ganzen Quatsch muss ich jetzt natürlich dann aufbauen. Und dann soll es ins NB-System, um das ins NB-System bringen zu können. Mit einer Möglichkeit keinem Aufwand, weil ich immer noch nicht genügend Zeugs von dem Tesarakt habe. Und für zwei schon gleich gar nicht. Ende. Ruhe. Äh. Willst du mich verarschen? Muss ich ja wieder darüber. Um Gottes willen. Um Gottes Willen. Seufzt Das ist auch so gut wie im Eimer So Das heißt Bogen auf die Hand So, Lights on Geronimo Richtig Ähm Ich gehe mit Sheldern da Okay Schaut komisch aus Wie die Sonne im Neto blendet Ich schalte die Sheldern aus Ich gehe mit Ja Benner, ich war noch nicht fertig What? Oh 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 Ihr sollt doch da nicht außerhalb spawnen Das ist Raus Tja, höllische Ratte Ich habe noch nicht mal eine Blaze rod bekommen Ich habe noch nicht mal eine Blaze rod bekommen jetzt für den ganzen Zeit was Oh 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 Wo spinnt der der Peppy Ich bin der der Peppy Ist das mit euch? Die tränen genauso am Rad. Die tränen genauso am Rad. Die tränen genauso am Rad. Ich will eigentlich gar nichts Schweine töten. Ich will Blaze-Words haben. Das ist ja blöd. Voll der Zombie-Chef. Zweifel. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Das ist wieder los. Was willst du machen? Was tun wir nicht alles? Die halbe Arbeit ist erledigt. Die zweite Hälfte ist das Zeug entsprechend rüberzufügen. Und das gehört irgendwo einfach mit dazu. Das ist ja blöd. Du bist friedlich. Die tränen nicht mehr. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Was? Du bist fachlos. Bobo haben die mich jetzt erschreckt, die Penner. Das war's. Ist es okay oder ist es okay? Oh! Hohoho! Rückzug! Bleh! Bleh! Man! Oops! Ja, kann ich auch weg! Man muss... ...dann... 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 Das Problem ist ja, die hören nicht auf zu spawnen, die einstens... ...und solange nur einer darunter ist, der immer noch stinkig ist, äh... ...hast du wieder die ganze... ...das ganze Hudel am Hintern kleben. Ähm... ...nicht unbedingt so das, was ich mir gewünscht hatte... ...und ich wollte ja nur... ...8 Lohnhuten haben... ...da wird es sich fast rentierend für den ganzen Aufwand tatsächlich die Maschine aufzustellen... ...ähm... ...ähm... ...dann... ...kirkt mir nicht auf... ...wir sind wieder dort... ...karsporköpfe... ...här... ... collectiv... ...här... Du dummel Dreckasschesse Neues Schusss-er. Da-dra-dra-dra-dra. Hmmm... Ich sage nichts. Mann! 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 Ja. Ich würde mir jetzt mal aufschummeln. So. Ich muss mal in diesen Clams auch irgendwie so ein bisschen da reinpacken. Bleibst du friedlich? Du stehst da scheiße. Guck. Bescheid. Guck. ja 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 kann gerade nicht ich bin im nähter. irgendwer ruft mich hier über discord ran. das ist gerade sehr ungünstig. das heißt ich muss jetzt mal kurz zurück. was haben die? die haben auch nicht. wo ist was das denn? war jetzt irgendwer extrem exploding erstmal irgendwo hin zurück wo es halbwegs sicher ist und dann muss ich kurz in den discord gucken wer da hier was beschreibst hat so licht aus und dann mache ich hier mal einen ganz kurzen break. ich hoffe ich finde das beim schneiden später hinterher wieder. ich gucke mal wer da in discord beschrieben hat. vielleicht kommt ja wer dazu ich gucke mal wer da. ich gucke mal wer da. ja Vielen Dank.